es war toll kontrolliert wir sind auf der streife wenn ihr wirklich ist langweilig geschaut ist ja auch so geil gemacht ach ne das haben sie geändert oder ja vorneweg wenn du hier rausgelaufen bist da sah es aus wie man auf irgendeinem wachungskammerer das ist das Auto ja du willst fahren ja du willst fahren nee wie ich eigentlich nicht ja dann stecken wir uns mal ein mal gucken ob du auch einsteigen kannst das passiert ja gut kannst du fahren also zwei Meter ja ja besser nicht aber machen wir ja Frau Tutu hast dich besser du kennst besseres Fahrzeug ich habe es noch keine Auto gefunden M-Polizei kommt M-Polizei kommt das was ist denn das für Zeichen Da kann man die Kamera auf Dax mit Perspektiv ändern und hier. Nichts ist theoretisch gar nicht. Oh. Ja, da steht doch einer bestimmt hier ein bisschen falsch, oder? Ja. Es ist kein Park, keine Parkfläche mein Freund hier. Links noch abgelaufen. 21, ne. Äh, Radarpistole. Keine Steffel. Oh. Richtig ausgewählt. Ja. Aber abschleppen lasse ich den deswegen jetzt nicht. Ne. Halt! Stopp! Was? Ja, hier mal ein bisschen laut. Hallo! Alt! Aus! Oh, Ausbruch. Ausbruch. Oh Gott, ich brauche noch nicht hin. Wenn man nicht rennen kann. Mit jedem. Ah. Wachen konnte mich nicht sehen. Ja. So, du hast eine Telle? Okay. Aber irgendwie... Ach. Okay. Halt an! Da hält doch schon an. Wollte mich ordnungsgemäß sehen. Schönen guten Tag! Was? Wollte mich über der Verdacht für heute machen. Äh. Hallo? Ich will dich nicht laufen lassen. Brauche Festhalten. Kann ich machen? Ja, warum? Festhalten, fertig. Kann aufsteigen lassen. Ja, ich bin ja heute wegen vorsichtig. Ich weiß nicht, dass ich irgendwas... Er muss angeben, wessen ihn anhält. Und dann, äh, mit los. Äh, qualm der Auspuff? Rotor zu laut, eigentlich. Ja. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug. Dann kommen Sie auf den Hörerstein. Ach, ey, oh. War eigentlich das halt noch... Ich? 21, ja. Aber da hat kein Plinko gesetzt. Was? Ja. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. So. den Lernbereich. Meint ihr den Augenkontakt? Da haben wir nur. Da haben wir Eiko durch die Tür. Oh Gott. Aber. Nicht? Entschuldigung. Das Eiko haben wir schon mal nicht? Einmal Druck, der Spille. Haben Sie letzt... wir haben 20 Stunden was genommen ja THC ja dann das heißt doch bestellte Festnahme Dankeschön Betäubungsmittel Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuerabend THC was von THC war das? ein Vitamin keine Ahnung Probe ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bitte Officer so äh da jetzt habe ich ja einen Grund dass ihr Auto zu durchsuchen ja also würde ich schon sagen Ayoana 7 Klan danke das ist meine ja komm 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 erste Fund was haben wir noch so ein Angebot keine Gegenstände ok Kofferraum öffnen ja alles nein Taschenbuch brauchst du ein Taschenbuch laut nächster mit einem kaputten Ausguck oder? ja keine Ahnung kannst du da gleich wieder einen rauszählen ich mach noch kann ja nicht so schnell wechseln wenn ich Radar habe kann ich nicht so schnell wechseln wie die an mir vorbeifahren ist halt USB-Stick ein ruhig weiter Handfeuerwaffe ja Glückwunsch das ist ein teuer für sieben junge Frau so also ich möchte das Fahrzeug jetzt abschleppen lassen ich trage Verstärkung meine verdächtige Person festzunehmen verstanden wir schicken ihnen sofort einen Wagen Unterstützung angefordert ist ein Officer verfügbar? ja ein Auto muss abgeschleppt werden schicken sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position also ich kann nicht was ich kann hier es nicht annehmen natürlich er wird in Kürze bei ihm sein achso so ne warum auch nicht weil ich bin hier gerade noch mit beschäftigt und Paco ist auch noch abgelaufen was tut sich ist ja rangefahren okay wenn es sein muss ja ihr guckten soll ihr Fahrzeug wird auch noch abgeschleppt wo steckst du denn überhaupt oh da nägst du hier mit qualmen Auspuff ja ne mit so was war denn das für Nummer 5 ne kann man das auswählen ja die machst du immer über Tab wir brauchen Unterstützung wer kann helfen? äh ne machen wir nicht ne nein ich bin gerade gerade beschäftigt ich werde gerade am Armin Geschwindigkeit nein fahr doch nicht durch das andere Auto ich habe schon noch einen Unfall aufzunehmen das ist okay echt? aber okay er hatte gerade das Fahrzeug abgeschleppt und der qualm der extrem qualmende Auspuff von der vom Taxi äh ja was du machst du über Tape? ja über Tape und dann einfach sehr auswählen was machen wir das dauert dann immer so lange bei mir weil ich weil so die Ruhe was ist der für ne Schlange ja geben sie mal Gas ich brauche noch ein paar äh Leute ich glaube jetzt hat ein Unfall passiert so was war das Quander Auspuff? was machen sie hier? bis sie sich fassen ja ja jetzt es ist laut es ist Unfall passiert was? ja hier ist Unfall geil ich habe keine Ahnung ja aber die haben das halt nicht gestürfen keine Ahnung bis hier das war ja nur ein Schreck irgendwie keine Ahnung der hat eine Scheibe kaputt mir aber auch nicht wo ich jetzt einmal den den Führerschein und wenn möglich ja den Scheibe ein bisschen oder ja rot ein bisschen Stoß äh kurz den von hier aber geht's in den Mund? und wer denkst du denn? geht halt Null Null geht halt Null Null Dankeschön beides abgelaufen ok dann ruht das mit draussen wird das löst ah Mariana 14 Gramm äh ja tut mir leid und äh Stöcke das ist das ist das ist der Verhandlung Tante das Team ist angedreht oder was? sicher? Besitz ich muss sie festnehmen wegen des Mitführens zu großer Mengen Cannabis was? ja nix was 14 Gramm sind viel zu viel also meines Erachtens so äh Auto durchsuchen machen wir's mal schauen was muss alles tun ich hab alle Zeugen befragt so das ist mal gut äh ja dann dürfen sie auch einmal einen Ausweis nach Versicherung haben sie jetzt gar nicht mitgenommen oder was haben sie jetzt gar nicht ja ok ja also im Kofferraum kann ich grad bei dem Taxi nicht öffnen ok wir haben Smartphone und Servietten dabei ist das illegal und nochmal Mariana 28 Gramm ich möchte gerne in dein Kofferraum gucken ha ah jetzt was Fäschereirechnung ja die kannst du behalten gut ist halt lieb mein Lieber ähm einmal nein nein ich hab die falsche Tasse gedrückt 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 14 16 Ohohoho Köhöööö So Okay, einen Moment aber nur Bleiben Sie hier stehen Dann sind Sie nicht weg Ah, fertig Okay, sie werden trotzdem wegen Wurfmeter festgenommen Guck mal dahin Äh, was qualmende Auspupportes, ne? Ja Guck mal dahin laufen Ja Äh, ja Aber, ähm Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Dörberstein Ja, endlich, ist hier Ruhe Dann dürfen Sie gehen, bitte Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte Ja, dann dürfen Sie auch, außerhalb Bitte schön, Officer Gut, äh, wo ist unser Haus? Gut Ja, ich schaue jetzt Okay, Versicherung ist noch gültig Also, ne, ne, Führerschein ist auch noch gültig Schön Haben Sie ein bisschen Alkohol getrunken? Ich habe aber den Eindruck, dass es ein bisschen wegguckt Also, ne? Komm, wir machen volles Programm Okay, negativ Also, dann würde ich der auch am Endeffekt, äh Mängelchein geben So Oder darf ich den noch durchsuchen? Ne, ja, eigentlich habe ich keinen Anhaltspunkt Auf mein Bauchgefühl sagt man eigentlich, dass da was sein könnte Ja, mach doch Noch haben wir noch Punkte, 88 Noch geht's 1,80 Weißt du, was du das rechte ganz oben meinst Nein! 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 Ah! Halt! Stopp! Ah! Halt! Wann laufen hier? Halt! Halt! Du musst nur noch mal machen Musst nur noch mal ablassen Aber, ne Finde nicht angezeigt weil die ja weggerannt ist also du wolltest gerade anfassen und sie ist gerannt Geht jetzt? Ja Ach so, ja, keine Ahnung also warte, kann der Computer kurz nachgucken racern? Hat aber keine offenen... Ist das die Alley? Mittelschen? Oder so? Ja, nehmen wir Waffen mit, keine Ahnung. Klappenmesser. Besitz von Waffen. Ich muss Sie festnehmen, Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! Ja, hast du drin versteckt. Ich weiß nicht, wie du das abgetastet hast, aber... So, dann... Ja. Ja, bringt nichts. Dann ist er eh weg. Und nichts im Nachhinein zu durchruhen. Und das ist jetzt, wie wir da mitnehmen können, oder? Das wäre gut. Ja, gut. Ja. Ja. Moin Fisch. Ja. Ja. Das ist mein Name. Später. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Das läuft doch gut. Ja, also... Was? Minus 10? Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Hast du wieder durchsucht, oder so? Ja. Ja, für mich ist ein verdächtiges Auto dann, ne? Wenn die Klappmasse dabei hat. Ne. Nur bei Drogen. Dann nix mit dem 2,5. Ja, dann... Wache und dann Feierabend. Stressiger Dienstiger. So. Äh, wo... Ach, die. Hintergrund, das ist die. Ja, ist wer? Ja, die Wache. So, ich dachte schon irgendwie... Irgendwelches verdächtiges Fahrzeug schon besorgen. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Ja. Hintergrund bei der Wache. Ja. Na, wie denn? Ja, sorry. Nächstmal lass ich einfach die Leute laufen. Richtig. Und wo rein? Am Eingang? Da bei oben, ne? Ehm. Achso, das ist da noch. Hey! Ich will ja noch springen hier. Juhu. Juhu. Ja, dann sag ich für die YouTuber Dankeschön. Fürs dabei sein, fürs mitmachen, fürs kommentieren. Äh, genau. Ja. Wir sollten uns in der nächsten Folge...